Auf alle Fälle wirklich, ähm, das zu machen, dann ab und zu mal hier vorbeizuschauen, weil es gibt kein Maximum, das ist toll. Es wird einfach nur mehr. Und das ist auch richtig so, okay. Hoffentlich hat der Gute jetzt mal wieder neue Waffen oder Rüstungen oder sonst was. Yeah, was geht? Okay, die Fackel hab ich dem selber verkauft. Da, das nehmen wir mal. Moment mal. Okay. Dann holen wir uns mal nochmal sowas. Gut. Einscheinend kann man nicht mehr als 150 oder zweimal 150 Ladungen nehmen, das ist schon blöd. Aber egal, das wird verkauft. Äh, genauso wie das. Habe ich sonst noch irgendwas? Nö. Der Rest ist nur Müll. Und der hat dummerweise auch nichts mehr anstehendisches. Hm, ich weiß noch gar nicht. Ich glaube, ich gucke dann einfach mal in Chinatown vorbei, ob die neue Sachen haben. Sehr cool, wenn. Weil ich will meine Rüstung, meine noch bessere Rüstung als jetzt, weil der Kampf hier war deswegen doch relativ kritisch und ich mag keine kritischen Kämpfe. Ich will nicht, dass es so knapp ausgeht. Das muss ein 1a Sieg sein, ohne großartig drüber nachzudenken zu müssen. Okay. Oh, ja. Als nächstes wird es wahrscheinlich irgendwie mit Vampiren zu tun haben, weil die Nachrichten, die haben immer ein bisschen was damit zu tun, was gerade abläuft. Schon cool. Thanks. Ich hoffe echt nur, dass der irgendwas hat. Jo, äh, hm. Ne, nur Waffen. Ah. Ne, der hat echt nichts anderes mehr. Das ist echt schade. Wer hat die mir denn sonst noch Rüstungen gegeben? Ein Fat Larry hatte ich mir was geholt. Ansonst. Was ich bräuchte ist, genau, die Wolke. Vielleicht hat der hier irgendwas. Das Problem ist, bei dem konnte ich, glaube ich, nie wirklich einkaufen gehen. Was echt sehr schade ist. Ja. Ach, bei dem kann man nicht einkaufen gehen. Zu schade drum. Bei wem könnte ich den noch kaufen? Äh. Bei wem könnte ich den noch kaufen? Ich glaube, das wäre niemand mehr. Eventuell ab und zu noch was in Hollywood oder so. Aber das war es auch schon gewesen. Okay. Ich habe die Weiße vorher nicht gespeichert. Das war vielleicht ein großer Fehler. Aber wir werden es ja gleich sehen. Gut. Hat mich nicht gesehen. Äh. nach Downtown. Und dann. Irgendwann habe ich noch mal die Gelegenheit und finde dieses komische Poster. Bis dahin dauert es ewig. Aber ich könnte ruhig ein bisschen meinen Nahkampf verbessern. Wo ist er denn? Bewaffneter Kampf. Oder? Oder? Ja, genau. Bewaffneter Kampf. Körperkraft und Nahkampf. Mit den neuen Punkten. Was mache ich denn bloß mit den neuen Punkten? Ich bin mir ziemlich... Warte. Ähm. Was wollen Sie? Ähm. Was wollen Sie? Nicht öffnen. Was auch immer Sie tun, nicht öffnen die unkürzene Sarcophagus. Oh. Okay. Aber sie sagt doch, ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Beide dem, was ich gesagt habe, wenn das Sarcophagus öffnet, wird es ein Verzweifel. In welcher Form kann ich nicht sicher sein. Aber nach dem Studium der Begründung bin ich jetzt überzeugt, dass es besser nicht verhindert ist. Und jeder, der einen anderen Kurs verhält, hat es die Konsequenzen. Okay. Aber wieso haben Sie Ihre Meinung geändert? Es ist eine intangible Sensation. Ich habe nicht mehr auf meine Finger auf den Tag gekommen, seit ich in die Stadt gekommen bin. Ich weiß noch nicht, woher es auskürzt. Aber wenn das Sarcophagus eine Möglichkeit ist, um diese Chance zu eliminieren, sollte es geöffnet werden. Okay. Ähm. Ist es ein vorsinnflutlicher? Hat Gehirn aber gern? Wenn Gehirn aber begonnen hat, dann sind wir alle verhindert. Kein Fall, welcher Kurs der Aktion wir nehmen. Danke für die Warnung, Beckel. Ich dachte, Sie verdreht eine Chance. Es ist eine gute Möglichkeit, dass wir uns nicht wiedersehen können. Und da ist er weg. Und schon wieder dieses Wolfsgeheil, ey. Geht mir das auf den Senkel. Okay. Jetzt werden wir mal hier bei meinem Clan vorbeischauen. Das Problem ist halt nur, ich kriege keine besonderen Fähigkeiten. Und dieses Blut... Ähm. Ah, Dreck, ich habe mich verlaufen. Ich darf mich nicht... Das frage ich mich auch gerade. Äh. Und zwar... Äh. Sack of Fuck van Ankara. Was glauben Sie, ist drin? Und zum Beispiel... Ich habe noch weitere Fragen. Was ist es, die Sie wollen wissen? Äh. Nimm mal die 3. Nimm mal die 1. Äh. Bla, bla, bla. Camarilla, bla. Gut, dann die 4. Und das war's dann. Gut. Der hat mir echt nicht weiterhelfen können. Ah, Dreck. Jetzt hat ich mich verlaufen. Okay, wir müssen mal nach links. Nach links. Mhm. Jetzt können Sie ruhig aufgehen. Ist ja immer sehr nett. Aber nein, es will ja nicht. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Last Round. Oder zum Last Round. Und wie ich halt dir ja nicht gesagt habe, nicht öffnen. Also die, ähm... Die zukunftsguckende Tussi da. Moment. Okay, ich bin... ...auf dem richtigen Weg. Vielleicht gibt's ja auch noch irgendwelche anderen Sachen, die mich interessieren könnten. Weil dann... Okay, Last Round hatte ich mit diesen komischen, ähm... ...seuchen Dingern da zu tun gehabt. Das war nicht ganz so... ...schön. Okay, ähm... Ja, dann gehen wir mal rein, würde ich mal schätzen. Mal gucken, ob hier drin irgendwas passiert oder so, aber... Ja, ähm... ...fragen? Okay. Wer zum Teufel ist kein? Aber das hatte ich eigentlich schon mal. Bla, bla, bla. Äh, der ist echt? Okay, gut, dann, äh... ...bis später. Oder erst mal das. Ne, das brauch ich jetzt nicht. Okay, gut, das hat mir eigentlich schon... ...also kann ich mit dem nicht mehr normal reden. Das ist echt schade. Ich muss mit Nines sprechen. Der Prinz will sich mit den Anarschen verbinden. Ähm, die Blutjagd auf Nines ist beendet. Ciao hat Crowd getötet und so weiter. Okay, ähm... ...verstehst du jetzt, warum ich mit Nines reden muss? Okay, ähm, schon verstanden. Wo ist Nines? Ich muss mit ihm sprechen. Okay, Griffith Park. Danke. Oh ja, der Griffith Park war das Schlimmste überhaupt. Da hatte ich Schiss vor dieser Mission. Moment. Äh, bla, 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 bla. Okay, gut, das war's. Können mir alle nicht mehr weiterhelfen. Griffith Park. Na dann, hol mir den mal her. Ich hoffe, ich hoffe, ich muss jetzt nicht schon wieder zurück zu diesem, äh, Camerella-Typ. Bla, 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 ähm... Sie müssen dorthin und ihn finden. Okay. Und dorthin wäre dann Griffith Park. Vor allen Dingen habe ich immer noch diese, diese Laufrichtung. Ich probiere es mir nochmal aus. So, wenn wir mal nehmen, in diese Richtung. Oh, fuck. Es geht bis zu einem gewissen Grad, würde ich schätzen. Okay, eventuell habe ich einfach nur falsch gezielt. Okay. Vor allen Dingen, äh, läuft man dann in so einer Art Kreis oder so, wenn das dann so weitergeht. Aber okay. So, bevor es zum Griffith Park geht, machen wir jetzt erstmal kurz eine kleine Pause. Äh. Jetzt brauche ich was zu trinken. Mein Mund ist so trocken. Speichern wir nochmal kurz. Was habe ich eigentlich großartig davon noch gemacht? Chinatown, bla, bla, bla. War ein bisschen rumgucken und hab mit den Leuten geredet und... Naja, okay, also dann, äh, bis gleich. Ciao, ciao.